hallo ich begrüße dich und ich freue mich dass du wieder da bist und dir die zeit nimmst mein video anzuschauen heute am 13 mai 2019 mit dem video links oder rechts wähle links oder rechts die botschaft also dass eine tagesbotschaft eine tagesenergie und bevor wir damit beginnen möchte ich was dazu sagen heute haben wir auch wieder einen portal tag und diese portal tag dient wieder der heilung es ist wieder in der energie der veränderung vielleicht hast du auch schon gestern auch gespürt du wirst auch jetzt einen wandel auch in deinem leben verspüren und du bist auch innerlich bereit dieses wären der vollkommenen heilung also zuzulassen da hinein einzutreten und dafür ist diese heilung wichtig ja dass da an diese veränderung kommen kann ein raum für neues zu schaffen darum ist es wichtig dass du alles alte loslässt dass du die begrenzungen auch loslässt dass du in dem göttlichen fluss der veränderung dich hingibst also mit freude dann wirst du immer tiefere erkenntnisse auch für dich gewinnen und wäre wirst du dich aus diesem ganzen erheben sei mutig und erlaube alles altes und alles vergangenes wirklich loszulassen damit auch die möglichkeiten in deinem leben kommen können und diese veränderung ja stattfinden kann folge dabei der stimme deines herzens zu deinem gefühl deine intuition und eine eingebung das bringt der heutige portal tag mit sich schließe bitte deine augen und auch in der energie der kristallschale hinein so ich hoffe du konntest wunderbar entspannen und bist du bereit für die legung so ich mische die karten konzentriere dich also drei karten für links und drei karten für rechts so wähle nach deiner intuition und nicht was du gesehen hast und die unterste karte zeigt sich hier dein zu hause also dein zu hause also dein zu hause die energie des zu hauses die emotionale verbindung und natürlich gibt es auch zwei karten aus dem reka karten weg auf wolke sieben und hier sind noch zwei zwei karten dafür gefallen natürlich diese schöne karten kannst du auch hier bei mir in meinem shop erwerben in diesen wunderschönen deko box schau mal ich zeige es dir große hochwertige karten schau einfach an in meinem shop vorbei das findest du unter dem video in dem info box also die grund energie ist heute in diese emotionale verbindung des zu hause dieses gefühl nach hause anzukommen sich wohl fühlen allgemeine positive sehr positive energie also du öffnest dich für die heilung und für die veränderung also durchaus positiv wähle jetzt links oder rechts deine botschaft und wenn dir das zu schnell ging also halte das video an und ja wähle ganz intuitiv also ich beginne jetzt hier mit der linken seite wenn du diese linke seite gewählt hast also geht es bei dir darum dass du mehr in deine lebens energie in deine lebenskraft kommst dass du ja das ist auch so stückteine schicksalhafte fügung ist dass du momentan in diesen wachstum kommst dass du eventuell auch große wünsche hast was du noch nicht lebst aber dich dazu hin bewegst also es hat auch wirklich mit dieses glücklich sein allgemein was zu tun dass du dieses glücklich sein mehr leben möchtest dass du dich für etwas begeistern möchtest dass das ist so deine bestimmung ist dass du dieses glückliche leben dich mehr in deine kraft bringen wird und für dich kommt der engel engel heute engel des glaubens und mit dem glauben kann man berge versetzen wenn du dich selbst glaubst werden deine wünsche in erfüllung gehen handel steht so als wären sie bereits wirklichkeit glaube daran also es geht darum wirklich erst mal dass du an dich glaubst dass du das auch erreichen kannst wenn du hier die rechte seite gewählt hast dann ist deine botschaft heute ja es geht hier was mit also zufriedenheit harmonie ja seelenpartnerschaft die freude das glück das aufblühen diese positive gefühl die anziehung das verliebt sein eventuell ist hier eine seelenpartnerschaft wo du dich befindest dass da noch eine blockade da ist was momentan noch kränkelt so und diesbezüglich kannst auch wunderbar meinen angebot heute annehmen heute am heutigen portal tag habe ich einen portal energie kreis und dazu kannst du dich mit deinem gegenüber natürlich anmelden und die energie übertragung genießen von 23 uhr bis 23 uhr 30 also ich lasse die energie des rekis fließen und natürlich die reiki groß und licht gerade und durch diese wunderbare reiki groß und licht gerade viel energie da fließt auf diese feinstoffliche ebene können sich diese blockaden wunderbar auflösen damit die liebe auch fließen kann du kannst dadurch mehr in deine kraft kommen engel der kraft begleitet dich auch lenke deine aufmerksamkeit auf deine innere werte wie offenheit vertrauen mut und dankbarkeit und lass daraus deine innere kraft noch mehr wachsen und mit der engel der kraft an deine seite vereinen rufe die alles ins gedächtnis wofür du dankbar bist sei aus tiefsten herzen dankbar für alles was du in deinem leben hast tritt dir und deinen mitmenschen mit dankbarkeit gegenüber so dass sagen wir die engel an dem heutigen portal tag also kannst du gerne zu energie kreis kommen die energie ausgleich für euch beide beträgt 72 euro dafür zahlbar per paypal all das findest du auf meine webseite also im laufe des tages in meinem shop und natürlich kannst du auch wenn du fragen hast oder wenn du es buchen möchtest mir auch eine e mail schreiben und meine e mail findest du auch auf meine webseite über den kontakt über den kontaktformular schreibst du mir in den pflichtfeld dass du dich gerne anmelden möchtest natürlich brauche ich eure beiden vollständigen namen auch dafür ich hoffe das hat dir auch gefallen wenn das der fall war freue ich mich über ein like natürlich freue ich mich umso mehr wenn du meinen kanal abonnierst so verpasst du auch kein spontanes video mehr von mir ich sende dir ganz viel licht und liebe und frieden aus meinem herzen heraus und sage namaste bis bald deine valeria